Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Bosch Bohrhammer PbH 2100 RE. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Bohrhammer für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zum Bohrhammer unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. So ein funktionaler und hochwertiger Bohrhammer kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Er sollte im Arsenal eines jeden Heimwerkers und auch eines jeden Hobbyhandwerkers definitiv nicht fehlen. Bei diesem Modell hier hat mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gefallen. Ich bin der Ansicht, dass du hier einen hochwertigen und vor allem funktionalen Bohrhammer zu einem fairen Preis erwerben kannst. Auch die Marke gefällt mir sehr gut, aber hier hat natürlich jeder Heimwerker so seine eigenen Vorlieben. Gar keine Frage, da will ich dir auch nichts aufquatschen. Da schaust du am besten einfach selber mal nach, welches Werkzeug dir eben so liegt. Das optische Design des Bohrhammers kann durchaus auch noch angesprochen werden. Finde ich hier definitiv solide. Ich bin der Ansicht, dass es bei diesem Werkzeug halt einfach um die Funktionstüchtigkeit und um die Qualität geht. Und ich finde, dass der Bohrhammer in diesen zwei Punkten auf jeden Fall überzeugen kann. Und genau. Allerdings muss ich in der Tat zugeben, dass es hunderte, wenn nicht sogar tausende verschiedene Bohrhammer auf dem Markt gibt, die sich alle in so kleinen Details unterscheiden. Und hier kommt es wirklich auf deinen Funktionsbereich an, für welchen du dich entscheiden solltest. Dieses Modell gefällt mir sehr gut, ja. Aber ich muss halt eben auch noch sagen, hey, es gibt auch viele, viele andere auf dem Markt. Und schau einfach mal, was dir am besten liegt. Von meiner Seite aus gibt es für dieses praktische Heimwerker-Zubehör auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zum Bohrhammer werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.